Ich durfte wunderschöne Tage im Wallis verbringen, und zwar in Bellwald, einem malerischen Ort mit frischem Quellwasser und wunderbarer Luft, naturpur. Ein Ort, um bei sich anzukommen, ein Ort, um Kraft zu tanken, ein Ort, um in der Stille zu sein und sich verzaubern von der Magie, die dort so ist. Dank dir, Stefan, und deinem Team waren diese Tage einfach unvergesslich gut. Ich durfte gesund, fein und vielseitig essen, war richtig verwendet. Ich durfte märchenhafte, guttunende Meditationen verbringen. Und ich durfte Impulse für meinen Alltag bekommen, zum Schlaf, mit Leichtigkeit in Bewegung, in Flow zu kommen und vieles mehr. Ein riesiges Dankeschön für ein riesiges Geschenk, das ich jedem gönne, der sich das selber auch gönnen will. Vielen Dank. Vielen Dank.